Yo meine Kartoffel-Frienden und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Viertel-Frienden mit mir und dem... Topra! So wir sind gerade dabei, eine neue Chillout-Area zu ballen. Die Fokus sind alle dicht, ne? Ja natürlich, ich bin ja auch der Ball, ich bin ja auch der Exit... Oh, ich hab's über den Abgrund geschafft, wuhu! Was, du bist nicht gestorben? Nein. Also wir planen natürlich... Also wir wollen jetzt eine neue Basis bauen, wo wir unsere tödliche Rache gegenüber Fix und Domsel planen. Und warte, bevor das alles passiert... Der Schwein greift mich an! Kein Spaß. Werde ich dir jetzt die MP44 machen. Creeper, 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 Creeper! Und irgendwer gibt mir Schaden. Nein, nein! Nein! Warum schlägst du ihn denn? Der stand einen Meter vor mir! Irgendwas ist hier hinten hingeflogen oder ist es kaputt gegangen? Du scheiß Pisshase regst mich auf, alter! Aua! Nein, unsere Weapon Box ist echt in die Luft gegangen, ne? Ey, wie machen wir dann nochmal die deutsche? Kannst du mal im Regelwerk... Ach nee, du hast es doch Vollbild, ne? Ja. Na, ich guck gleich mal im Regelwerk, wie wir die deutsche Waffe... Alter, leck mich doch am Arsch! Ich will grad die machen und dann geht's kaputt! Und wieder mal ist dem Tobra seine Schuld, ne? Ja, egal. Wir brauchen... Ich brauch halt nur ein bisschen Eisen, dann können wir alles nochmal machen. Komm, lauf einfach mit! Komm einfach mit jetzt! Lass sie doch nicht von dem Kanaken provozieren! Nichts gegen Türken! Du siehst den Kanaken eigentlich immer gleich Türken? Ich meine, gemeine Wichser! So, wir gehen jetzt hier runter! Wo runter? Ja, hier runter! Achso! lol... Ich komme, mein Engel. Um dich zu retten! Ah, ich sehe deinen Armen! Das bist du... dass bin ich nicht! Ach? Schieß! Hinter dir! Hinter dir! Renn, 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 Renn! Oaaaaalala, lalala... I die, I... We'll always love you and I... Was ist grad'n noch hier? Ja! Bist du runtergegangen? Nee, ich bin durch den Berg durch, hier. Ach, hier. Hallo! Komm mit hier runter. Ich bin stizzler am Haven. Ja, hier wollte ich grad echt rein. Wollen wir mal wieder fackeln, hier, ne? Ja, warte, ich versuch... Ah, nee, da geht's raus. Ah, ja. Ach ja. So, hier werden die Boys mal eine neue, du hast die Öfen, pass sie mal einfach alle hier irgendwo in die Ecke, dass ich das Eisen schmeißen kann. Ein Moment. So lange werde ich dann mal ganz kurz gucken, wie wir... Die Missgeburt im Ofen, Alter, aber richtig, die Missgeburt am Seinbeen. Am Seinbeen, so das Eisen ist drin, ich habe Gold für dich, für einen Goldapfel. Ja, jetzt brauchen wir immer noch einen Apfel, das versuchen wir schon seit 80 Folgen. Das Fleisch, rechts kannst du das Fleisch reinpacken. Rechts kann ich das Fleisch reinpacken, jawohl, erledigt. Ja gut, unten ist das Gold. Ja. Du kriegst jetzt hier ein paar Magazine und da noch eins und noch eins. Ja. So, hier habe ich, ich habe noch einen MG42 für dich, M1 Caribbean und eine K98. Dafür habe ich keine Munition, hier ist zweimal Mosin Munition. Ja, was kann ich denn jetzt benutzen? Die Pistole kannst du benutzen. Ja, richtig. Und den Rest musst du mal gucken, ich stelle dir jetzt die Waffenboxen hier hin. Und du guckst mal, was du wo für Dinge fixest, ne? Okay. Du weißt, was ich meine. Ja, M1 Caribbean, also drei Eisen, ein Gunpowder. So, bitteschön, hier ist eine Craftingbox. Hier sind noch fünf Sticks. Und ich werde dann mal an die Oberfläche gehen. Gleiches. Dann kann ich mir ein Schwert machen, ne? Ja, warte hier. Warte, eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Dann mache ich mir erst mal ein Schwert weg. Am Holding on. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Es tut mir leid, Leute, dass ich jetzt hier mal... So, hast du Gunpowder? Äh, ja. Dann kann ich mir für die Carabine Munition... Da, ich hab's aus Versehen runtergeworfen. Ja, ich heb's auf. Danke. Ich würde irgendwie ein, zwei Magazine machen, weil unsere Hauptwaffe ist immer noch die MP44 und die Panzerfaust, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wo ist denn hier... Hab ich noch? Nee. Battle. Okay, ich konnte jetzt noch eins. Battle S12, klar. Also nicht erschrecken jetzt, nicht erschrecken, gah? Ah, wer ist das? Hat Spaß. Docs. Missgeburt. So. Okay, den Scheiß brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ich sammle es nachher eh wieder auf. Ich kenne mich, doch ich Missgeburt. Also, ich finde gerade unseren Chat nicht. Bin ich behindert? Freitag. So, wer hat... Wann haben wir denn das letzte Mal was in der Gruppe geschrieben? Ach ja, genau. Wie wimmelt man am besten seine Ex haben, sodass sie sich nicht umbringt. Ach, in Skype. Ja, und da ist der Link irgendwo. Weil der war doch... Das war doch ein Google Docs-Datei. Ich mach jetzt zwei... Da, ich hab sie. Okay. Ich hab jetzt zwei Magazine für die Carabine. Mhm. So, die deutsche Waffenbox funktioniert. Wir brauchen genau einen Ink-Stack und zwei rote. Du bleibst hier, ich mach das. Okay. Und ich habe sechs für die MP44, die wir jetzt noch nicht haben. Äh, ich mach mal ganz kurz ein Waypoint hier. Das war auf P, ne? Ne, M. Waypoint. Äh... Das könnten wir uns ja noch kosten. New Waypoint, äh... New Homerino. Dann... Kann man damit vielleicht rumsprayen oder aua. Was war das? Das war alles. Ja, alles gut. Ich war das okay. Äh, so. Ich bin schon da. Ich bin hier am Wasser und hab schon einen Ink-Stack gleich. Oh, hier ist auch noch eine Rose. Perfekt. Rose. Komm her, Bruder. Tut mir leid. Und einen Ink-Stack. So. Der Boy ist nochmal am Hochgetten. Am Hochgetten sein, Tung-Bean. Man sieht, dein Name steht richtig weit. Das ist richtig bescheuert. Und äh... Ja, wir hätten... Witz, ne? Weil, also... Äh, Penis? Nee, ich hab in meinen Kommentaren auch direkt direkt gehabt, als die Folge gestartet. Es ist so, dass du ihn vom Berg aus nicht gesehen hast und so. Also, da hätten wir sie schon sehen müssen. Da haben wir einfach nicht drauf geachtet, ne? Haben wir ein bisschen rumgealbert, ne? Ja, die Boys wieder am Bean sein. Ja, am scheiße Dune sein. Ja, das hätte halt, ne, ja. So, was soll ich mir noch? Am scheiße Dune. Scheiße Dune, ja. Soll ich mir ein Goldschwert machen? Ach, Witz. Ich hätte dir die Panzerfaust echt in den Arsch gerahmt. Ja, als ob ich das machen würde, Digger. Ganz so blöd bin ich dann auch nicht. So, hier, Sternenburg. Oh, ich brauch zwei Rosen. Ich bin nochmal weg. Ja, halt die Fresse, du kannst doch nichts außer sterben, ey. Ganz ehrlich, was kannst du eigentlich? Ich kann die Enderperle nicht benutzen. Ich bin topra, ich bin zu fett. Das zieht mir viereinhalb Leben ab. Richtig. Durch das Gewicht von mir, ne? Durch den Aufprall auf dem Boden hätte ich nochmal zwei Herzen verloren. Dann wäre ich tot gewesen, du Mistgeburt. Du weißt schon, dass ich die Enderperle Richtung Himmel geworfen habe. Also, egal. Du hast einfach nicht genug, ja, du hast nicht genug Swag. Du weißt aber schon, dass die Ash funktioniert, wenn die auf dem Boden aufkommen. Ja, aber ich habe sie ja auf den Berg geworfen und da habe ich halt nur zwei Leben verloren. Ja, tut man ja auch. Man verliert nur zwei oder zweieinhalb Herzen pro Körper. Ja, aber wenn man nach unten wirft, dann kriegt man noch Falldamage dazu, du Bitchkopf. Ja, wenn man nach unten wirft. Zucka, du altes Arschgesin. Zucka, hol jetzt die scheiß Rose und gehen wir nicht auf den Sack. Ich will ballern, Alter. Ich will die alle töten. Ja, das ist die richtige Einstellung, Boy. Hast du noch Springfield? Was habe ich? Ammo, brauchst du die noch? Ja, 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 ja. Mach dir Springfield, Ammo. Eine, eine, eine reicht. Ja. Wir sollten vielleicht, wenn wir das nächste Mal gegen Domse... Ja, ist gut, ist gut, dass wir es getunt haben, ja, Alter. Bitch, please, better have my money. Bitch, better have my money. Bitch, better have my money. Äh, man sieht da nach dem Schild wieder. Oh, boy. Du bist halt nicht so... Oh, wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Hallo! 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 Loil. Was? Kann man in die Sneak die Waffe nicht wechseln? Loil. Ja, das ist bei der Pistole ein Bug. Das ist richtig ätzend, ist das. Gerade gemerkt. Also, ich hab, ich hab die German Shitbox, bitteschön. Freunde, was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Also, ich glaub, die Potato töten. Loil, ich hab einmal... Hä? Ich hab einmal geschossen, aber irgendwie hat das nicht... Geht, na egal. So, ich mach dir, ich mach dir die MP44, ne? Oder hast du das ganze Eisen schon? Du hast das ganze Eisen rausgenommen. Da ist kein Eisen mehr drin. Gib mir das Eisen, Boy. Drei Stück. Wow. Wir haben vier Eisen, wir brauchen für ne... MP44-20. Ah, ich geh fahren. Ich auch. Oh, hallo, Creeper. Den machst du, ne? Hab schon. Gut, Boy. Äh... Ja, ich bin rausgegangen, ne? Ja, ich auch. Hier hinten ist noch ne kleine... Kein... Hier unten könnte noch was sein. Ich hoffe, jetzt soll ich den Geräuschen, Digga. Mach doch sowas nicht mit mir. Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Ich war gar nicht da. Mit deinem Mund... Mit deinem Mundgrad. Tchuuu. Ich bin hier unten. Oh, hier scheint es weiter zu... Hier scheint... Ach, leck mich am Arsch. Mann! Mach mir ein bisschen Kohle, weil ich Fackeln brauch. Dieser scheiß Hase, ne? Der macht mich richtig paranoid. Die Hasen sind eigentlich die Schlimmsten in Minecraft, ohne Witz. Ja, nur wegen den Pissern sind wir gestorben, Boy. Ja, Alter. Wegen denen sind wir keine vier Leben mehr am Heaven sein. Ihr Strip-Mind! Halt die Fresse! Müssten wir doch auch. Jetzt haben wir doch gar keine Chance gegen euren Overlord, Domse. Ihr Misgeboten. Ey, das hast du echt... Wow. Was hab ich? Das hast du schön gesagt. Echt? Ja, Overlord gibt's seit der Allianz. Ich weiß, aber das hast du so einfach schön formuliert. Ich weiß nicht, es hat gerade in dem Moment einfach gepasst. Ja. Beruhen wir es. Lassen dabei drauf sein. Kannst du bitte mal die Fackeln basteln? Danke. Ja, so viele jetzt auch nicht. Nimm die wieder ab. Das ist Verschwendung. Wichser. Ja, gut gemacht. Arschloch. Oh, 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 warte. Jo, springt er einfach runter. Traut er sich, ne? Ja, ich hab direkt Eisen gefunden. Ist doch gut. Nice, Digga, nice. Im Gegensatz zu dir trage ich was zu unserem Ruhm bei. Wexser. Maul. Ich brauch ne Eisen-Spitzhacke. Scheiße. Ich hab ne Diaspitzhacke. Okay, willst du? Nö. Willst du mich jetzt rollen, ja? Nö, du? Zabby! Hast du dir überhaupt ein Eisenschwert gemacht, du Wichser? Nee, du Mistgeburt. Komm, komm. Komm her. Komm her. Ich zeig dir mein Eisenschwert. Oh, Eisen. Was geht denn hier ab? Ach ja, komm. Favorisiere doch jetzt mein Tweet, du Mistgeburt. Was ist, was geht bei dir ab jetzt? Soll ich ne Arsdruck? Nee, Quantum Blaze hat mein Tweet favorisiert. Super! Nice, Gell? Ich bin hier das Eisen am Getten, weißt du? Und du, du trudelst wieder hinterher, du fettes Stück Scheiße. Ich gette doch hier auch grad Eisen um, Mistgeburt. Ich gette hier Eisen, ja? Am Arsch du Eisen gettest tun. Doch, guck doch. Nee, ich guck jetzt nicht. Ich bin beschäftigt, Arschloch. Im Maul, Alter. Wehe, du fasst mein Eisen an. Ey! Such dir dein eigenes Eisen, du Wichser, Alter. Im Maul. Also ich hab jetzt 27 Eisen. Nee, 31 Eisen hab ich. Okay, GG. Ich würd sagen, easy game, easy life, ne? Willst du echt nach oben? Geh mal hier, Alter. Ja, ich geh jetzt einfach hier lang. Oh, hier ist nichts, gut. Ja, wie wär's, wenn du die Fakal einsammelst, du Wichser? Hab ich doch. Ja, du hast sie abgebaut, aber nicht eingesammelt, die eine. Halt's Maul. Du scheiß Piss-Fledermaus! Halt's Maul! Weiter nach unten. Warum? Weiter unten, gleich mehr Diamanten und Simmys. Alles klar, Bruder. Digga, der hat mich gehauen. Als ob das kein Morgen gäbe. Wie ein Missgeburt ist das? Warte. Was machst du denn? Warum? Weil ich hier durch will. Das ist Schabber Stripmine. Halt die Fresse, ich Stripmine so viel ich will. Die Regeln können mich davon nicht abhalten. Ja, die können dir aber dafür sorgen, dass du aus dem Battle fällst. Ja und, dann bin ich halt aus dem Battle! Jo! Okay, Alter, das sag ich doch um sich. Ich hab keine Schwitzhacke mehr. Ja, tschüss. Hier, welch meine Dia? Hast du Holz? Nevermind, ich hab selbst Wichser. Ich hab Holz, ja. Ja, du brauchst mir immer zu lang, du Arschloch. Sorry, du Morde. Wo sind jetzt meine Sticks? Da. Du kannst ja schon mal weiter in die Richtung machen, du Arschloch. Sind die Zombies über uns oder unter uns? Keine Ahnung, ist doch eigentlich auch scheißegal. Ich hab sie! Hier, komm her, komm her, unter uns war das. Jo, komm her, hier. Kommst du? Was denn? Warum jetzt hier lang? Neue Höhle und so. Die sind unter uns. Die sind denitiv unter uns. Dann geh nach unten. Komm. Alter, wie viele. Das ist nicht normal. Oh, guck mal, ne ganze Familie. Mama. Schieß rein. Mit der Panzerfaust? Ja, bitte. Oh Gott. Täglich todbar. Typisch Topra, ey. Das war geplant. Oh, Alter. Das sieht schön aus hier. Creeper! Kohle ist gerade irgendwie so zweitrangig. Hier ist noch Eisen. Vielleicht finden wir auf der Ebene jetzt auch die aus, Alter. Na, 24. Ja, vielleicht. Na, hier ist 22. Ich lasse mal hier weitergehen, ne? Ja, hier ist noch Eisen. Ja. Ich gehe das mal am Gettentun. Mir tut das so leid, dass wir jetzt schnell farmen müssen, aber wir wollen halt so schnell wie möglich wieder raus, ne Boys? Geh hier schon Lavasee? Ja, oh, warte, ich fimmere mich drum. Der Boy geht da raus. Das ist am Stizzlehaven. Oh, ja. Dunkel es wird. Okay. Ja, vielleicht ist da drunter was. Sieht nicht so aus, ne? Mal gucken. Höhe 9, ne? Ja. Könnt schon sein. Wir können versuchen. Hier so auf 11 ist es meistens. Ich weiß. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe wir es letztes Mal gefunden haben, aber ich glaube, da waren wir auf 18. 11, das war auf 11, 11 zwischen 11 und 14. Ja, ich glaube, es war 18. Einfach mal watchen, ob hier was am Gettenten ist, Mann. Ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Lavasee hier aufzubuddeln. Du hast da Cola. Lass mal in die andere Richtung latschen. Hier scheint noch was zu sein. Okay. Bin am Stizzle. Zombie? Hm. Äh. Hier geht es weiter runter. Die As. Ich habe die As. Ich habe die As. Ja? Ja. Nice, nice, Digger. Schönes Ding. Würde ich es abbauen? Ne, warte, ich mache das. Ich habe doch eine Aspe. Ich will das Gesicht von denen sehen. Hä? Wie willst du denn das Gesicht von denen sehen? Das verstehe ich nicht. Nein, aber dann haben wir gleichzeitig die As gemacht. Geholt. Alter! Was denn? Es sind schon relativ viele. Wie viele? Warte, ich sage es dir gleich. Äh, Loi, wie tief du dich abbuddelst? Acht Stück. Das sind acht, ja. Richtig nice. Was mal hier? Ne, was mache ich denn? Double Dier Venetration. Na, komm weg mit. Boah. Alter. Du Mist geworden. Alex, ich bin aus Versehen auf meine Enderperle gekommen. Ich bin fast in die Lava, ich habe mich fast in die Lava teleportiert. Oh. Ne, 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 wir haben 51 Lapis. Da brauchst du... Egal, die Wurzeln. Nein, lass das, Arschloch. Ich habe es trotzdem mitgenommen. Ich habe jetzt auf jeden Fall keine Enderperle mehr. Double Dier kill. Gott. Hüfts. Oh, die haben auch wieder Diers. Ja, aber nicht so viele wie wir am Getten sind. Mhm. Ja, wir haben jetzt durch Eigens haben wir, glaube ich, 28, oder? Ne. Durch selbst? Ne, wir haben 17 durch Fix und Schwul. Ne, 15 hatten wir durch Tom und Maxle. Mhm. Und Eigens hatten wir, glaube ich, auch... Ja, folgen Ende. Ja, warte mal. Ja, okay, gut. Ich immer mich noch um die Boys hier und dann können wir Ende machen. So. Dann bis zum nächsten Mal. Wir fahren jetzt noch eine Folge. Danach gehen wir hoch, rüsten uns aus und gehen wieder auf die Suche. Nur damit ihr Bescheid wisst und nicht wieder sagt, es ist so langweilig. Also bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, schaut bei den anderen. Fui. A. 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 Bis zum nächsten Mal.